so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von super maria mako 2 ja heute mal wieder mit dem mischa wer ist das das bist du echt ich habe einen namen ja mit und ja ich habe ja zusammen mit ihm am sonntag ein level gebaut palace of darkness habe ich auch schon hochgeladen kann man hier die id sehen ich glaube nicht kann ich ja gleich noch mal zeigen ja und wir haben so einen kleinen tempel gebaut praktisch ist jetzt auch nichts besonderes so ist halten schnuckeliges kleines einführung ist aber im single player gebaut der multiplayer beim bauen ist richtig kacke ja guck hier können wir wieder zusammen spielen in anderen parts mussten wir gegeneinander wir haben jetzt ein paar level auch runtergeladen die wir nachher noch spielen werden nein vielleicht nicht wegstoßen ja der prallt ja auch nicht ab sobald der eine wand geht geht ein knochenpanzer ja kaputt wusste du das ich kann den doch auch für dich besiegen so schießt mal auf mich drauf so danke du war noch war so komm rüber jawohl ja diese greifhaken habe ich als hilfe hingemacht praktisch wie kannst du bitte in die röhre dankeschön ja und dann haben wir uns noch paar level runtergeladen die wir halt gleich noch spielen genau weil das ist besser auf einem screen ist besser als dass mich gegen den block springen das stimmt ja genau dann kannst du dir den pilz noch snacken und du auch ja gut dann halt nicht auch nicht jetzt verpasst ja du auch wir warten jetzt mal bis das zurückkommt normal passt es kommt nicht zurück das fällt runter du kannst auf den form laufen soll ich das probieren ja macht das gut wenn was kommt kannst du also eigentlich kann ja da diese schiene ja du kannst dich ja tot stellen du weißt du weißt du wie ich mein ja so ja genau wenn was böses kommt die kreissäge gleich so genau das ist zu spät über das passt ja da ist normalerweise diese also normalerweise ist es so gedacht dass man mit dieser wippe lang fährt ne so und hier gibt es noch einen kleinen kampf gegen ich habe nicht ja den muss man halt auch besiegen dass man die schüssel kriegt dann kann man hier durch und ja das war eigentlich auch schon das level also ja wirklich nichts besonderes als so ein kleines level ja war nett ganz schnuck und ja die id die kann ich euch eigentlich jetzt zeigen kurz so level aus aller welt und ja wenn ihr da bock habt ein spiels gerne ich glaube es hat noch niemand gespielt oder sicher nicht gut ist ja auch okay ich werde eh nicht so viel bauen ich werde mir den fokus auf spielen legen ja hier seht ihr die id da und ja könnt ihr gern zocken wenn ihr mögt so und jetzt starten wir richtig genau jetzt starten wir mit leveln von anderen da haben wir uns einfach die ein paar multiplayer level also wo halt der tag gegeneinander ja drin war haben wir uns halt runtergeladen und jetzt spielen wir jetzt so hier zum beispiel die tik tok glock aus mario 64 ich bin jetzt aber zusammen ja ich bin auf jeden fall sehr gespannt wie sie das nachgebaut haben ach schau mal sogar die passende musik ja hier jetzt gemälde springen genau so zu sagen auch so ich wollte mir ich wollte die rechte röhre das ist ja cool kommst du auch mal hoch ich krieg's nicht hin ich also ich finde es kannst ja halt auch echt gut nachbauen so weil das war eben hoch kann das level von dem her ich finde es gelungen tatsächlich bisher ist auf jeden fall kannst du mal hochkommen ich komme doch hoch das ist gar nicht was du willst das war da wechselt die richtungen es ist wahrscheinlich gab es da wahrscheinlich auch irgendwas groß bist auch gerade groß geworden ich war schon vorher groß kommt so dass es gar nicht so viel aber das ist cool gemacht oder es ist auch angenehm das level das ist echt angenehm so gut für mich und blue wäre das jetzt nichts aber für uns bei ja weißt du was mir hier so an dem multiplayer auffällt der der das mit der kamera ist viel besser als irgendwie in den super mario brothers ja ich weiß auch nicht warum die kann es irgendwie besser hinbekommen das ist immer so das ist nicht immer der oberste der da vorne ist sondern es ist irgendwie so aufgeteilt so jeder hat ist so halb verstehe ich ja geh 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 oh nein ich verstehe schon warte mal kurz jeder hat so halb die kamera rechte nicht der der oben ist sondern jeder 50% sozusagen 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 ja ich hole mir die da rechts und ich hole die links so und dann können wir uns schlüssel oh ich habe mich umgebracht weil ich runtergefallen guck mal damit mein schlüssel fliegt da jetzt ach schau mal ja gut ich habe eine stampfattacke gemacht und habe vergessen dass ich da ja doch sterbe gut aber dann weiß ich dann hier noch so eine star voll das soll der stern sein soll der stern sein den wir bekommen haben ja klar das ist der stern ja logo das ist cool gemacht hat mir auf jeden fall spaß gemacht ja war gut war ein gutes level können wir das auch nochmal extra liken oder muss ich dafür online gehen ja machen wir später machen wir später oder wenn überhaupt so und als nächstes mario sumo jetzt bist du auf spielen alleine gegangen auch stimmt auch du blöd mann nein so eine grafik ich hasse es eigentlich ist bros you meine lieblings grafik und deine mein gott das macht doch keinen unterschied was ist deine lieblings grafik so ich meine ich habe keine steuerungselementen vom aussehen ist mir egal die steuerung ist überall gut in mario maker also früher war die steuerung schlimmer ist einfach so in jedem stil gibt es gute level ist einfach so keine ahnung ob das jetzt gut ist naja ist es nicht vor allem da steht gegeneinander ne im tag drin ja das ist voll fair bei gegeneinander ne aber das kann man ja das kann man voll gut gegeneinander spielen ne das spielen wir dann nicht sorry hätten wir wenigstens noch mal probieren können aber wenn es da bloß eine clowns kutsche gibt jetzt bist du wieder auf single player spielen gegangen alter ach pano mehr halt deine schnauze jetzt nochmal so zusammen spielen zusammen spielen glaubst du irgendwelche feministen haben sich schon mal äh beschwert dass man mario luigi toad äh spielen kann aber nur eine frau da hat und zwar toadet das ist ja ungleich na peach zu spielen wir ja unlogisch so ne ja ging ja in mario 3d world auch nicht so so ja ich weiß so eben ja aber warum hat man warum hat man da ne glaubst du da hat sich schon mal jemand beschwert dass das äh gender ungerechtlichkeit aktivier mal den dinger was glaubst du was ich machen will oh das war richtig schwierig die wow sagt er und springt gegen den aua gegen den aua block profi was gibt es hier zwei pilze was gibt es drüber zwei ein ups oh wenn nacht wäre wäre es lustiger hätten wir zwei faulpilze hinter uns ja dann gäbe es so den wind ah diesen sandsturm gäbe es dann auch aber wir hätten ey das erinnert mich das erinnert mich grad voll an das richtige wüsten level aus mario bros 3 da war auch so mit diesen gerüsten und so ich glaub da hätte im eis jetzt nicht das design da auch so oh cool hab ich gut gemacht ah du musst dich auch treffen lassen schön wow danke dass du runter gehst soviel zu die kamera rechte sind fair für beide spieler naja es ist auf jeden fall besser als bei mario bros ja das stimmt schon so ok ja der wind danke ich hab's auch geschafft ja bei dir hat er aber grad in die andere richtung gewählt nein der bläst immer in die gleiche richtung ne der wählt immer in die andere richtung das ist bei jedem style anders ne wirklich nicht der wählt mal in die richtung und mal in die so wirklich du bist sicher ja dann schaust du jetzt mal an der wählt jetzt hier dauerhaft nach rechts ne jetzt bleibt er stehen so jetzt wird er nach rechts und dann gleich nach links kannst du gleich schauen das sieht man ja an diesen sanddingern so und jetzt dann gleich ne ja nach ein paar Sekunden genau ne aber normalerweise das ist von jedem style anders in luigi ne der aus in irgendeinem style wieder in beide richtungen ja das ist 3d ne das ist wie heißt das mario world ok bist du durch ich dachte es ist in alles ah und jetzt ist hier der weg offen cool war der vorher nicht offen ne ach so weil wir den ein ausblick berührt haben kann ich bitte einen pilz haben ne doch ui rutschen yeah wow shit wir haben uns beide trennen lassen ja richtige skiller hier ja das funktioniert das level das ist ganz nett das ist echt das beste von allen jetzt ok das ne mario 64 tiktok log war geiler echt jetzt ist einfach so ich fand das wenn ein level aus mario 64 nachgebaut sind dann hast du bei mir schon gewonnen ist einfach so oh alter ist das ein scheiß boss alter der ist mega schwer mit dem wind komm darf ich den ah ok oder du machst ihn alleine wow wow das heißt das hat mich voll in scheiß wind wow aber ich bin nicht mehr ganz gestorben ja nur so halb du bist nicht als ganz gestorben sondern als vogel wie ich mit federviech nein 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 ok wir spielen es jetzt aber nicht nochmal oder ne vom checkpoint aus willst du es jetzt einfach nochmal spielen natürlich ah je entweder ganz oder gar nicht was ist denn los bei dir das zählt als ganz finde ich nein es zählt als ganz wir haben das ziel nicht berührt es zählt nicht als ganz es zählt als ente das ist mein schlüssel den stecke ich jetzt ins loch lol du bist ja pervers ja ich weiß ja ich weiß oh nein ich bin zurück in dir nein das ist das gleiche wie mit blue dem ist es auch passiert du bist nicht dein vater du kannst ruhig gut spielen ich bin nicht mein vater echt ich dachte du kannst ruhig gut spielen ich kann ruhig mit gucci spielen ja so sogar noch ein up cool die anderen spielen wir nächstes mal nein die packen wir alle heute rein boah geil ist doch klar geil geil um mal im 3d world stil nice oh ne ich hab wieder auf warum ist es nicht automatisch wenn ich einmal auf multiplayer drücke wird doch cool mach Luigi auf meinem kanal könnt ihr mir übrigens in den kommentaren Level IDs einsenden so wie bei mir bist ihr bei mir übrigens auch noch nicht mein server heißt in der arbeit genau das sagt glaube ich alles aus aber ich bin schon drauf deshalb bin ich ja du bist du hattest ein extra an aber jetzt gibt es eigentlich nur noch ich habe alle Ränge wieder entfernt es gibt es nur Standard Rang und Admin ich mag es halt dass es hier zwei Wege gibt ne und warum gehe ich eigentlich den unteren ich weiß es nicht aber ich bin den oberen gegangen ich glaube der untere war schwieriger kann sein warum habe ich das gerade noch gemacht ich weiß es nicht oh Checkpoint ich bin Jack Jack der Point ey ich will auch eine Karte du hast einfach beide Atzenglocken genommen ja beide Atzenglocken jetzt kratzen wir hier mal bist du dran so gehst du bitte aus dem Weg da ist doch ne Katzenglocke in der Röhre nimm sie dir doch die ist ja gay so jetzt kratz mal hier bist du dran ich kletter drüber ne das machst du nicht komm jetzt ja unten durch das stimmt das tue ich wirklich nicht seitdem ich gesehen habe es geht nicht hallo geh doch runter von der Wand übrigens die Glocke die müsst ihr aktivieren richtig gute Überleitung ja das äh aber es passt zur Situation okay nein passt nicht doch weil Katzenglocken und so toll ernsthaft so hast du oh Gott besser als keine Überleitung okay sie haben wunderschöne Glocken Abonniert meine wunderschönen Glocken drückt auf meine wunderschönen Glocken oh yeah Slider Musik geil warte ich hab noch die Atzenglocken war das gerade ernsthaft der Boss oh wow Kamek du warst ja ah ne Magi Koopa ist ja nicht Kamek ist ja egal wir nennen den trotzdem Kamek das weiß doch jeder dass das Magi Koopa heißt und nicht Kamek der heißt ja nicht Magi Koopa Mensch du musst doch auf die Details achten der heißt doch Magi Koopa bestimmt nicht der heißt doch sicher nicht Magi Koopa oder doch Magi ich war weiter oben weißt du welcher Spieler war eigentlich wer das hab ich das ganze Level nicht gecheckt ja welcher war jetzt wer ich hab als Katze gespielt blöd man so und das Level noch jetzt direkt auf Multiplayer oh hast du es geschafft mit meinem Schaft dann bin ich nicht mehr hier wenn du das machst dann kann ich ja doch auf Singleplayer gehen oh yeah die Musik fetzt oh geil ich liebe diese Musik einfach Dööööö Dööö 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 Döö Dööö Döö Dööö Das sollen echt diese Regenbogenstreifen da die Nerven die sind nur Detail arbeit hab ich gehört kann man die selber machen? Ne ne? Die hängen da einfach rum. Die kann man selber machen. Ach so, das sind die Hintergrunddekos. Ja, ja. Hintergrunddeko. Der Hintern hat einen Grund. Genau, der Hintern hat einen Grund. So. Du bist, glaube ich, unten, ne? Ich bin tot, ja? Ja, du bist tot wie ein Sterben. Könnte ich bitte... Hallo? Bist du... Na, komm halt mit hoch, mein Gott. Was stellst du dich so an? Boah, ist das schwierig. Krass, ey. Äh, hä? What the fuck? Äh. Ah. Ich muss da oben hin. Ja, wow. Geh, geh. Hast du gut gemacht. Ja, ich weiß. Ey, ich bin vorher wenigstens nicht die ganze Zeit gestorben. Aber jetzt halt. Yay. Lass mich bitte hoch. So, danke für die Fev. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Du mir jetzt meine Fev. Das ist nicht mein Ernst. Geh mal weg. Da ist eine Fev noch drin für mich. Ah, schön. Was muss man hier genau eigentlich machen? Oh nein, ich hab's. Was? Ach so. Hä? Wie bin ich gerade geflogen, Alter? Ich weiß immer noch nicht, wie man das macht. Wow. Basti lacht mich jetzt nicht aus, weil ich nicht weiß, wie man in Mario World fliegt. Ja gut, ich weiß das ja auch nicht mehr. Ja, aber jetzt liegt's an dir, ne? Ist halt so. Es liegt an dir, Mischa. Es liegt doch, du Ficke. Hauptsache, du bist oben. Ja, das wusste ich, wie ich das mache. Das war kein Zufall. Aber schade, dass er da keine Röhre platziert hat. Dust mich nach oben. Dass es halt unendliche Röhren gibt. Dass es halt unendlich viele Federn gibt. Ja, aber normalerweise stirbt man an der Stelle ja nicht. Obwohl, das ist ja auf Multiplayer ausgelegt. Ja, eben. Er hat's gegeneinander in den Titel, äh, nicht, äh, in den Titel als Tag gemacht. Von dem her. Deshalb ist er ein Schwumler. Deshalb ist er ein Schwumi. Du bist einfach auf meinen Kock gesprungen. Einfach auf meinen Kock gesprungen. Und dann bin ich davon abgebreitet. Wie geht's? Leute, das war's für heute. Sendet mir Level in die Kommentare. Mir auch. Abonniert BlueSkyRaker und Horry. Mich auch. Und aktiviert die Katzen-Glocke. Ja. Sie haben wunderschöne Glocken. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive oder konstruktive Kritik freuen. Oder eine negative LOL. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und, äh, tschüss. Vielen Dank. T kup스크. Tö expanding 추хн Taxi fried gardening. Tö 21. Tö British. Tö Rising Sabbath. Tö vibrations. T œ moonłbym. Vielen Dank.